so herzlich willkommen zu einem neuen projekt mit dem lieben volt place sag hallo und warte wie heißt dein lukas hier ist dein channel nochmal super king joshi ok er hat gehört auf jeden fall sind alle noch mal in der beschreibung und hier geht es einfach darum dass so ähnlich wie kraft attack einfach auf dem server survival so wir gehen jetzt auf den server drauf ich war da noch nie drauf slime 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 oh das sieht doch schon mal schön aus wie episch das einfach ist direkt vor slime wofür kann man schleimbälle gebrauchen für sticky pistols ja oder in der nächsten version schleimblöcke oder so schleimblöcke ja stimmt das ja auf den kannst du rumspringen das ist voll witzig so wie so wie so ein trampolin ge okay erst mal holz das ist bestimmt voll geil spielte mit shader könnt ihr das ja ich spiel mit shader mit dem neuen ja ja mach ich auch ich muss mich hoch ich bin auf die höhe 21 mitten einer stufe und ich weiß nicht wie ich hochkomme ja dann grab dich doch hoch oder bau dich hoch okay ich baue mich hoch also darf man jetzt alex die regel dass man im startscreen starten muss ist blöd ich weiß ja deshalb wollte ich fragen darf man darf man jetzt durchgehend aufnehmen und davon durchgehend aufnehmen und dann halt so schneiden ich glaube alex ging es eher darum dass man sieht dass du dich offscreen was gemacht hast also wenn man sieht dass da eine direkte verbindung besteht zwischen ja aber ich meine wenn man ein video da wird das so wohl okay sein ja aber man sieht es ja wohl nicht wenn man so wenn man das so wegschneidet ja wenn du in dem satz aufhörst und gecuttet hast dann ja dann ist es ja auch nur an der gleichen stelle oh mann ich verreck hier gerade an silber fischen fische oh gott oh gott ich habe noch zwei herzen bist du bei in extreme hills weil die kommen eigentlich nur in extreme hills vor und wenn der fest ja ich bin tot nein ein herz oh gott jetzt einfach noch das wird was in unserer alten basis steht ich kriege das ist auch zeug von dir alex ja ich kann dann zeug geben so ein steinspitze der deutsche begriff für cobblestone ist ja bruchsteine ja ich hab das auf englisch ich finde das auf deutsch irgendwie affisch ich finde bruchstein hat sich behindert an ja ja da war es ja pflastersteine das war ja noch annehmen da versteht ich auch jeder ja ich weiß nicht ob ich es auf englisch auf dem bett ja hatten wir erstmal scharf jetzt nicht mehr warum nicht hast du es kaputt gemacht nein das war auch weg mann alter das ist auch scheiße ich habe gehört ich kann mir vorstellen dass die höhlen im umkreis schon alle durchgefahren sind oder könnte sein wahrscheinlich schon alles wie sind die koordinaten für die da wo ihr bauen wollt ja das möchte ich auch gerne wissen aber warte ich komme gleich wieder bei skype nach aber zuerst ja ich komme zum block nicht drauf ich bin zu inkompetent dafür als als nacht ist auch geil auch schwein essen wo hat jemand für mich essen ja ich kann ja auch dann was abgeben wenn du rüberkommst dankeschön ich will jetzt erst mal meine torte minimieren wer jetzt ist dunkel die sind bei x 19 und z 26 x 19 ich hab die richtung jetzt wird es dunkel haben okay meine spitzhack ist kaputt ich bin recht tot ich bin recht tot warum bist du immer so schnell tot warum stirbst du so oft ich vergesse essen mitzunehmen und ich werde jetzt wahrscheinlich vorraten was kann sein essen nicht verrecken ich glaube du überlebst mit einem halben herz das ist normal gestellt ja okay ja dann ist auf einem halben herz auch mann ich weiß nicht wie ich hier wieder rauskomme egal ich habe mich jetzt einfach hoch ich kriege aber keinen hungerschaden mehr hatte übrigens auch das als er hätte gedacht du hättest den hungerschaden ausgestellt ein zombie verfolgt mich und ich kann nicht mehr nennen oh gott diese silber fische die macht mir irgendwie richtig schiss bald kommen ja auch die endermines dazu können auftauchen wenn du dich mit einer enderperle teleportierst oder sich ein endermin teleportiert die sind noch mal ein stück kleiner und schneller glaube ich auch ja wie toll ich freue mich schon drauf hahaha du kriegst ja schaden durch die enderperlen dann kriegst du auch nochmal schaden durch die endermite das heißt du kriegst irgendwie die könnte dich direkt nach am enderperlen schuss töten yeah ich sehe auf jeden fall ein haus ja ich bin gleich da man habe ja auch jetzt einen tag nicht aufgenommen und laut dem server dog waren richtig viele leute hier drauf ich frage mich wie das da da oben aussieht eigentlich was ich habe bis jetzt eine werkbank und einen ofen gebaut legt euch nicht mit mir an ich habe richtige häuser jetzt schon alter was geht bei euch ich werde dieses lager bauen was ich mir die konfigur geschickt habe okay ähm ich brauche essen ja ich gebe dir was ab wenn ich oben bin wo bist du irgendwo in einer random schluck die lp galaxy penis also man kann eine kiste mit seinem namen sichern ja ja aber daher muss doch jeder ist sie oder eine kleine truhe irgendwo und noch eine weitere aber hinter dir ist eine spinne nein verreckt bloß nicht aber zwei doppelkisten kann man nicht machen ne ne das ist irgendwie richtig viel sonst könnte man sofort alles sichern ja erde oh mein gott ich bin oben endlich ich muss mich irgendwo einschließen äh bin ich in einem ah mama bei einem berg raus gekommen so wie war das x 19 oh oh ich bin einfach mal so 100 blöcke entfernt okay ich sehe da hinten alter was so was hat alter er hat denn hier irgendwas gebaut in diesem turm da ja stehe ich gerade auch vor ich guck mal rein weil ich so dreist bin aber nur klingt so hier ist 24 gebratenes schweinefleisch drin das nehme ich einfach mal nicht mit äh während so felder darf man die abfarmen wenn die nicht von einem sind wenn man die äh wieder neu plant nein jeder hat ja sein eigenes feld boah ich sehe da hinten jemanden äh äh achso ich habe einen kuhskin ne kuhskin ah ja doch doch genau habe ich auch in deinem let's play gesehen ja genau gibt's wer vielleicht so ja ich bin hinter euch du bist der der lucas gell aber hallo ähm alter wie viel sugarcane vom leben ist oh creeper warte ich habe ihn ich höre nur dieses what the fuck okay geil bei mir wurde ich da schon ein bisschen viel verändert äh egal okay ich kann mir jetzt den essen geben jetzt kannst du ja mach ich wo bist du hier aber ich kann die touren nicht öffnen weil irgendjemand jetzt rüber gebaut hat da hinter dir oh dankeschön reich mal für den anfang hoffe ich hast du eisen ich brauche nur ne nur ne äh eisenspizzacke eisenspizzacke grad gefarmt ja ich brenne das mal und dann gebe ich dir was ab eisenspizzacke wäre schön weil dann könnte ich äh hier diamanten abfarmen soo machen wir direkt noch in den ofen so einmal du hast echt nen enderman getötet ja ich hab mich einfach unter ein 2 hohes dach gestellt und dann kommt er da nicht rein ich bin stolz auf dich oh hier geht ja was dagegen zu schlafen hast du ein bett ja ich hab ein bett ok dann lass du schlafen wir brauchen ja noch enderpern für das portal nachher ja ey Lukas jetzt hier geh mal pennen ja als ob wir irgendwie dahin äh als ob wir irgendwie das teil da finden ich muss nur ein bett hä oh man nein ok jetzt komm Lukas pennen komm ja ich hab kein bett was wieso hast jetzt kein bett ok hat sich geklärt wurde ja geklaut oh man geil und ich hab keine wolle mehr ja ich hab auch nix ich höre irgendwelche komischen Geräusche sind hier Zombies oder sowas in der Nähe das ist hier ein Zombie oh god was ist das denn hier alter wie viel die hier schon einfach gebaut haben Stadtmine ok eine Stadtmine ist hier irgendwas explodiert oder so nein hier sind Fackeln ja da geh ich aber nicht hin ok alter wie viel die einfach schon gebaut haben ist echt krass krass jetzt mal dann für mich ganz was haben die in Skype manche geschrieben ein paar sind doch so bei Folge 14 oder so was sind die? bei Folge 14 ja stimmt ein paar sind wirklich schon richtig weit ich hab heute angefangen ich nehm gratis die dritte Folge auf ja Dito so ich äh wo bist du wo bist du? äh Samy genau ja hier ich wollte dir die Eisen geben oh ja dankeschön danke das ist lieb ich bin ich lieb ich bin jetzt erst mal irgendwo Land für mich beanspruchen ja nö nö ich muss ne Fahne in den hohen Rahmen und sagen hier ist meins so ich such mir jetzt ne Höhle dann geh jetzt mal nach unten jetzt wärst du richtig cool und mach mir Eisenrüstung so so ich krieg mir nur noch ne Hose dann bin ich voll Iron so ah nein noch einmal es geht jetzt oh okay ach ja so okay bei dem Shader ist ja äh Dynamic Light schon drauf gell? ja das ist mir auch aufgefallen jetzt das war cool äh vorgestern oder so oh das ist ein Schwein Schwein tot tot ach man Zombie einfach von hinten angreifen wie dreckig du einfach bist so heute möchte ich äh heute jetzt möchte ich gleich anfangen meinen meinen Hose zu bauen da ist hier ne Kuh da ist meine Rasse so wer auch immer dieses Korbchen gebaut hat das ist richtig unnötig es wird wieder Tag okay oh ja es wird echt wieder Tag boah sieht das schön aus mit dem Shader so einfach mal so weil ichs kann oh das sind Kühe ohne Ende mach mich jetzt bisschen Sugarcane oh nein ups das wollte ich nicht soll ja weiter wachsen so so ähm ups oh man so wer auch immer das Hirn gepflanzt hat das ist richtig episch oh hier ist ja ne Schlucht aber ausgerechnet an dem Platz wo ich mein Haus hinbauen wollte steht jetzt ein Feld oh oh das ist natürlich kacke spinne vorrecke vorrecke ja ja Karotten haben sie angebaut okay das find ich nice oh Karotten sind geil so ich bin sogar schon Level 21 toll das ist ähm kannst du mir jetzt mein Zeug wiedergeben bitte oder warte ich müsste jetzt eigentlich OP sein wird ich hab nicht die benötigte Berichtigung oh man hast du dir nicht OP gemacht eigentlich eigentlich hab ich nicht OP gemacht aber scheinbar geht das nicht was brauchst du denn nochmal Stack Eisen ich hatte Stack Eisen in meiner Kiste und äh es war dann drei Stacks Cleanstown ah ok das ist irgendwie ein bisschen sehr viel das waren die wichtigen Sachen die da drin waren der Rest war nur Müll Alter oh man ich wünschte dass die jetzt einfach alles wiedergeben wenn ich's brät richtig feige dass das keiner ist das ist der die Person die ich sagt hieß war ja ja hätten die ja wenigstens sagen können ja ups ähm irgendwie ich wusste nicht dass wir nicht in andere Kisten reingucken können oder sowas oder dürfen mach ich das ich bin doch behindert so jetzt hab ich nen Bogen auch auch Feile ach Alter das sind so viele Kühe ach hier Feile das ist doch sehr saugut ist